Wir reden sowieso gar keinen Scheiß, also wir rappen nicht so mit Ausdrücken, sondern wir umschreiben das eher. Wir sagen, was wir besser können als andere. Ich habe einen Track gemacht über meinen Freund, der gestorben ist am 2.3.07 und das habe ich dann a cappella gemacht, weil ich fand, dass der Text wichtiger war als Musik. Warum ist er gestorben? Er hatte Krebs. Es ist mein Leben, ich lebe es auf allen Wegen, ich will etwas bewegen, doch steh allein im Regen. Was ist mit deinem Leben? Lebst du es auf allen Wegen, willst du etwas bewegen, bleib mich stehen, komm lass uns gehen. Jeden Morgen grauen, muss ich Song abbauen, auf welchen Worten kann ich schon noch aufbauen? Die Sonne geht auf, doch für mich donnert es auf. Es hat begonnen im Traum und ich komme nicht raus. Ich habe mich nie verletzt und nie gecheckt. Wir sind zu viele jetzt, drum schreibe ich diesen Text. Ich konnte noch nie wirklich durchstarten. Ich konnte noch nie wirklich durchatmen. Jeden Tag muss ich daran denken, wie konnte mir Gott dieses Leben schenken. Ich muss sagen, der Jury fiel es verdammt schwer, sich zu entscheiden in diesem Jahr. Und es gibt einen dritten, zweiten und ersten Gewinner, aber die darauf folgenden drei lagen so dicht bei den ersten dreien, dass wir beschlossen haben, auf die CD kommen die ersten sechs drauf. Ich lebe es auf allen Wegen, ich will etwas bewegen, doch steh allein im Regen. Was mit deinem Leben? Lebst du es auf allen Wegen, willst du etwas bewegen? Schule und Rassismus ist wirklich ein sehr gutes Projekt und wir versuchen einfach mitzumachen. Aber mitzumachen ist ja nicht gleich nur, dass wir irgendwo auf ein CD kommen, sondern wir unterstützen ja Schule und Rassismus genauso wie sie uns unterstützen. Und das eingeben und nehmen. Sie formen ja Kinder. Wir formen ja Kinder. Und so versuchen die auch, die Jugendlichen zu formen. Ihnen zu sagen, man kann auch anders rappen als diverse andere Rapper in den Medien. Und das ist einfach das, was wichtig ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.